Hallo Leute, ich bin hier, ich bin Soki. Ich habe voll aufs Maul gekriegt gerade eben. Hier ist schon der gute Lot, das ist aber ein geiler Ding. Du hast hier die Schmiede stehen, Bruder. Herrlich. Auch wenn ich die bloß... Oh, der Armboss ist drin. Ja, geil. Absolut geiler Shit drin. Warte, schauen wir uns mal den guten Loot an. Geht es hier noch irgendwo? Ich hätte halt gedacht, dass ich hier durchbrechen würde, aber nee. Aber nee, nee, so ist es nicht. Okay. Ja, okay. Nun gut, ich brauche kurz... Ich esse was, damit ich mich heile. Ah, bisschen Benzino könnte man auch mitnehmen. Da oben könnte doch auch was sein, oder? Nö. Geier. Perfekt. Gut. Wir starten. Nicht lang warten. Aufpassen, Geier ist hier oben. Aha, Geier. Du gehst halt niemanden mehr auf die Eier. Und die anderen können ruhig kommen. Keine Knarrquatschen. Zack. 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 Aber von dahinten kommt er auch noch. Gut. Schön verblutet. Warte mal die Hübsche als erster. Au, Drexauer. Du warst schneller als ich dachte. Oh, noch ein kleiner Kriecher. Perfekt. Und dann haben wir erledigt. Das ist so herrlich. Ausgezeichnet. 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 Hier was zum lernen, please. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und? Naja, ganz okay. Könnte hier Wasser drin sein? Ne, ist nichts drin. Ja, gönne ich mir. Und in der Superschmiede ist wieder sowas drin. Ach, das ist herrlich. Das ist herrlich. Wenn ich jetzt auch noch Honig rauskriege. Beste Leben. Nothing. Na gut. Macht aber nichts. Macht gar nichts. Sonst geht es gut. Wir haben ein Fahrrad. Absolut stabil. Wenn losling. Zack. Und wir radeln zurück, hätte ich gesagt. Geht sich alles noch super aus. Wir können die Quest abgeben. Holen uns noch irgendeinen guten Shit. So, warte mal. Ich bin auf Autospeed unterwegs. Hier, so. Gechillter fahren, wegen der Ausdauer. Muss nicht so ein Gas geben, gell? Ja. Ab und zu mal bisschen Gas geben. Ah, bis 50 runter. Und wieder weg vom Gas. Haben wir hier eigentlich schon reingeguckt? Ja. Mioung. 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 Ah, warte kurz. Jetzt haben wir ja ein bisschen Kohle. Wir können ja auch ein bisschen was andran. So ist es ja nicht. Die Dinger nutze ich sowieso nicht. Dann hier. Dann. Das vielleicht aufheben. Wenn es mal so weit ist dann. Ich glaube mal schauen. Vielleicht hat er was cooles für uns. Schraubenschlüssel. Okay. Die werde ich aber nicht brauchen. Wassersammler müssen wir schauen. Ob wir schon herstellen können. Oh. Oh. Das ist aber teuer. Bist du gelähmt? Das ist teuer. Aber so Helmlichtmord oder so hat er gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Okay. Warte mal. Das ist alles du gonna buy? Dreck schnauze du Dreck-Sauger. Sonst schicke ich dir meine Mama verpa. Bitte Drop was. Ja du bist doch kein guter. Los. Schauen wir mal ob wir uns ein Wassersammler herstellen können. Den würde ich aber auch hier platzieren. Weil sicher die Basis noch erweitern wird. Lass uns mal kurz gucken. Ein Tau-Sammler. Nicht Wassersammler. Da verfolgen wir das Ganze. Aber wir haben Durst. Na schau. Gut. Wir brauchen ziemlich viel von diesen Kundern. 72. Diese Nummer. Ich weiß nicht ob ich nicht woanders noch was drin hab. Nicht. Na. Schaut schlecht aus. Schaut sehr schlecht aus. Okay. Wurscht. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ich werde darauf achten. Dass ich davon genug mitnehme. Komm jetzt nicht. Komm jetzt auch nicht unbedingt. Steine würde ich sogar mitnehmen. Das nicht. Wasser. Habe ich jetzt ein bisschen was getroppt. Das war dumm. So. Ich bin absolut übervoll. Aber es juckt mich nicht. Was? Juckt mich einfach nicht. So. Wo ist die Quest? So. Muss man wieder aktivieren. Hier. Zack. Gleich wird es finster. Wir werden vielleicht sterben jetzt. War das eigentlich schon eine Zweier-Quest? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht, oder? Wenn du... Wenn du... Die Kamera bewegst. Das ist ein bisschen kritisch mit den FPS, oder? Buckelt ein bisschen. Hey, was ich noch testen wollte. Sorry, YouTube. Das tut mir jetzt voll leid und so. Wenn ich das hier runterschraube. Ändert nicht wirklich was, oder? Ah, es waren wieder vergrabene Vorräte, was ich genommen habe. Okay. Na gut, na gut. Da habe ich mich vertan jetzt ein bisschen. Ich habe mir gedacht, Zombies beseitigen. Aber die Einstellung hat jetzt nichts gebracht, oder? Das hat jetzt nichts verändert. Ah. Das hat, glaube ich, irgendwas mit einer Schrift zu tun, oder so. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Keine Ahnung, was das ist. Aber wenn sich da nichts ändert. Könnte man rein theoretisch auf 100 lassen. Müssen wir nicht auf 0 machen. Lassen wir es auf 100, wie es war. Also 60%. Lassen wir auf 100. Ja. So war Standard nämlich, ne? Brauchen wir nichts ändern. Ah, warte mal. Ich muss noch. Das machen wir jetzt noch kurz weg. Und ich muss mir wieder kurz den Weg nach oben bauen. Das reicht, das reicht. Absolut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich, wenn ich die Vorräte gefunden habe. Okay. Passt. So. Wir kommen hier noch easy raus. Okay. Schauen wir mal. Was gut ist, bitte? Landwirt werde ich auf jeden Fall irgendwann mal hier. Ah, jetzt komme ich doch nicht easy raus. Hey, was ist jetzt los? Vorhin ging es noch. So. Vor 22 Uhr mache ich euch jetzt noch klein. In der Hoffnung, dass ihr mir was trottet. Alter Gottes, nicht. Du? Mit der Wandwäsche, Bruder? Hast du irgendwas? Auch nicht. Schaut sie. Okay. Wie schauen wir aus? Kein Bock mehr, ja? Nun gut. Ja, auch nicht. Ah, verdammte Axt, Alter. Nichts drin. Aber vielleicht schaffe ich es noch. Na, rechtzeitig zurück. Glaube ich werde ich es jetzt nicht mehr schaffen. Krit, krit. Krit, krit. Ich glaube, das ist krit, krit. Alles mal, ich muss los. Hey, schau mal. Ja, wir versuchen es zumindest. Ah, Bob's Café, ja. Basenbar vielleicht. Ne, ne, jetzt habe ich eine Hütte. Passt schon. Ah, das geht sich aus. Das geht sich safe aus. Safe, 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 safe. Ja, wow. Du bist so eine kleine Drecksauce, sie ist sich doch nicht ausgegangen. Ja, bleib stehen. Wir können nicht mehr ran. Das war so richtig kurz vor knapp. Warum ist meine Tür offen? Ha, sie war nur unsichtbar, du Idiot. Die war gar nicht offen. Ach so. Gut. Jetzt habe ich gar nicht geguckt wegen... Warte mal, gibt das Kunststoff hier? Können wir mal gucken, ob diese Patsche-Axt... Ja, gibt sogar. Hier ist aber ein bisschen wenig. Sechs. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich brauche. Wir holen uns jetzt ein bisschen Kunststoff. Was ist, wenn wir mal das hier wegkloppen? Es gibt Stein? Früher, eine Zeitung. Was ist Stein? Gemocht. Ah, so wollte ich nicht. Wurscht. Achtmal. Wir brauchen... noch ein bisschen. Ja gut, wir gehen hier einfach... Na, was ist, aber hier war man schon. Hier brauche ich gar nicht reingehen. Das ist eine Mieser. Ja, zu Fuß ist irgendwie alles etwas weiter weg, wo wir halt noch nicht drin waren. Aber ich könnte ja eigentlich reingehen und... das UFO-Museum, das haben wir ja schon gemacht. Vielleicht ein bisschen was zerlegen, um Kunststoff zu kriegen, ne? Ja, oder doch nicht. Aber hier könnte man sich hochbauen. Bedingungen sind safe-stabil, oder? Hoppala. Naja. Naja, aber für die erste Hordennacht eventuell, ne? Möglich. Oh-oh, lebt noch. Verdammte Axt. Wäre geil kommen, hätte ich es erwischt. Ich werde es nicht kriegen, schätze ich. Das Biest ist weg. Kriegen wir nicht. Wir werden hier verhungern müssen. Ah, Quatsch. Ja, aber Kunststoff holen ist jetzt wichtig. Wir brauchen den Talsammler. Ist mir ein Anliegen. Da ist einer drin, oder? Nein! Nein! Ich fotze. Kack, dreckfotze. Stirb doch endlich, Bruder! Bruder! Wir haben es nicht geschafft, Juno. Dafür haben wir zwar drauf ist. Das ist doch auch was Schönes, oder? Aber wir sind wieder hier. Wie beim PC. Wie beim PC. Unser erster Tod. Alles nur wegen ein bisschen Kunststoff. Da ist kein Kunststoff. Oh, warte mal, fuck. Nee, da darfst du nicht looten gehen, Bruder. Da darf ich nicht hingehen. Das sind drei Totenköpfe, oder? Nö, ich habe sogar vier. Nee, macht keinen Sinn für mich gerade aktuell. Sehe ich nicht an. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir ein kurzes Video? Oder gehen wir noch gemeinsam irgendwo rein? Aber nicht hier. Woanders rein. Wo es nicht ganz so kritisch ist. Hier, diese Hütte machen wir. Die grüne. Ich glaube, ich war mir sogar noch nicht, oder? Komm, wir brauchen nicht laufen. Holen das Messer raus. Schönes Ding. In der Nacht machen wir mehr. Hoppa. Runen, sage ich. Wir sind ja nicht in der Eldenregen, mein Freund. Da waren wir schon. Da waren wir schon drin. Ja. Oder war das am PC jetzt? Nee, nee, da waren wir schon drin, gell? Wir gucken hier rein. Drüben. Ich glaube, hier war man noch nicht drin. Wow. Ich wollte nicht so schnell... Oh, das sind aber auch vier Totenköpfe. Okay, shit, meine Rüstung ist etwas angetitschelt. Nicht nackig machen. Na, oh, hier müssen wir nackig machen. Wie sie schaut. Na, das bist du ja wieder anzogen. Jetzt mach nicht so. Schau nicht so. Nichts passiert. Brauchst du nicht genieren. Apokalypse interessiert keinen, wie du da schaust. Frisches Obst? Naja, scheiß auf das. Kunststoff, wenigstens das ist. Aha, gibt es hier gar keinen Kunststoff? Ach, okay. Also, das ist, glaube ich, Kunststoff, oder? Nee, ist auch nur Paper. Was war das? Verschlossen. Oh. Warum reagiere ich genau gar nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Ja, ich werde wieder sterben. Ich werde wieder sterben. Aber sowas von. Oh, Idee, Tür zu. Hehe, ich krieg Punkte. Wer bist du? Sind beide Hops gegangen? Nee, oder? Sind echt beide Hops gegangen jetzt? Oh, ja, können wir verkaufen. Bisschen Kohle machen. Nie verkehrt. Vielleicht noch was zum Anziehen hier, ne? Wow, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wie fetzt, wie sie geflogen sind. War jetzt ein bisschen kritisch. Wie viel Kunststoff haben wir schon? Vier nur. Miese Nummer. Miese Nummer. Ja, ich werde nichts zu legen. Wir schauen in den Kisten und so nach. Ich will jetzt ein bisschen vorsichtiger noch sagen. Jetzt nicht hier rumklopfen wie ein großer. Das ist halt... Das hat vier Köpfe. So... Kritisch in der Nacht. Oh nee. Oh nee. Hier gibt es Hunde, oder? Oh nee. Oh, halt's mal. Oh no. No, no, no. Das ist ein Ding. Oh shit, ich häng fest. Blöde Dreckser. Mach die Tür auf. Blöde Dreckser. Mach die Tür zu, blöde Dreckser. Oh, wir hauen einfach ab. Und tschüss. Gar kein Bock. Gar kein Bock, Alter. Warum macht der Typ da die Tür auf, Alter? Was soll denn der Shit? Oh, Tür zu. Tja, juckt ja mich nicht, Alter. Auf Wiederschauen. Danke, dass ich da sein habe dürfen. Jürgen. Warte mal. Vielleicht können wir den aber verarschen. Vielleicht können wir den verarschen. So, hier müsste ich doch hochkommen. Ne, doch nicht. Aber so. Und so. Und jetzt einfach. Mal verarschen den Breer ein bisschen. Oh nee. Gott im Himmel. Naja, aber was ist mit Fallschaden? So, hier kann, er kann dich aber auch runtergekickt werden. Müssen wir Acht geben jetzt. Ich würde kurz was fressen. Um mich ein bisschen zu hallen. Oh, mach keinen Scheiß. Mach keinen Blödsinn, Alter, du Drecksau. Ich verstehe es nicht. Ich versuche Dinge. Oh, ja genau hier. Oh, scheitert. Na, was ist jetzt möglich, oder? Na, shit. Warte mal kurz an Wegnehmern. Eigentlich. Ich muss aufpassen. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Ich mache das urnervös, dass die da herumkloppen. Ich bin gleich oben auf dem Dach. Und da und spült es Granada, wenn ich oben bin. Jetzt kann ich gar nicht mehr so springen wie vorhin. Ja, wieso bin ich eigentlich überladen? Ich dachte, wenn man... In der Nacht ist man nicht überladen, dachte ich eigentlich. So, machen wir das Dach auf. Vielleicht können wir die von oben wegklatschen. So, ist er hier irgendwo? Können wir ihn sehen? Hallo? Sind sie hier? Machen sie Dinge hier? Da ist ein Frey. Okay. Da ist er ja. Gut. Machen wir uns hier mal ein bisschen was auf. Und dann schauen wir, ob wir den wegklatschen können mit der Armbrust oder so. Bolzen haben wir ja noch. So, Kollege. Mach jetzt nicht diesen. Jetzt habe ich nicht drauf, oder? Ja, Bruder. Oh, der hat sogar was getroppt. Ich traue mich aber trotzdem nicht runter jetzt. Wir müssen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Shit, wo ist denn der gute Loot? Warum kann der nicht hier sein? Hallo Totöle, wo bist du? Da ist er ja. Kommst du nicht hoch? Tot ist er. So, das ist safe. Oh, hier unten sind noch welche. Krit, krit. Immer krit, krit. Ach ja, gut, hier waren wir ja. Das ist aber nicht noch so ein Knochiger, oder? Ich habe leider keine Dietriche, mein Freund. Ich würde dich so gern knacken. Aber schauen wir mal. Ich will mal den guten Loot. Bin ich an den vorbeige... Oh Gott, was ist das hier? Der Aufzugsschacht. Das ist Grauens. Oh shit, jetzt falle ich in den Aufschluss. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Verschlossen. Ja. 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 Schnell, schnell, nach, Drexler. Okay, wir sind jetzt nicht mehr in der Nacht, alles cool, macht ja kein Kopf, da ist alles super gelaufen, Bruder, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, du bist ein absolutes Bieter, ich kann es nicht reparieren. Oh ne, da brauchen wir ja auch noch. Na, Antibiotika, schönes Ding, Bruder, schönes Ding. Na gut, dann holen wir sich den Loot, wir haben ihn verdient, wir haben sich den verdient jetzt da. Das brauchen wir nicht, den Rest würde ich mitnehmen. Hier ist es hell genug, das ist schön. So, guck mal rein, was haben wir hier schönes, ja gut, gönnt ihr. Was haben wir hier schönes? Verband und das müssen wir jetzt knacken. Gott, wir sehen uns gleich wieder, das kann echt lang dauern jetzt. Nein. Lass mich einen Stein haben, lass mich das reparieren können. Ja, ich kann es reparieren, geilo. Draßen. Machen Hunde wieder ihre Runde. Oh, er ist drin. Nicht töten jetzt, nicht töten jetzt. Uuuuh. Mit Kriter, heftig. Warum ist er jetzt so finster geworden? Oh, ich hoffe, das war es wert. Ich heimere da drauf, wie der größte Dreck. Oh ja, geht aber. Räuberoutfit. Das habe ich ja schon. Ganz vergessen. Gut. Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir trotzdem mit. Reserve. Nehmen wir nicht. Nehmen wir mit. Äh, ich habe die Kerze anhängen. Ist ja geil. Nehmen wir nicht. Nehmen wir mit. Ja, wir könnten die switchen. Das war es wert. Oh ja, das war es schon wert. So, wo ist denn der Hund rein jetzt? Der Dreckser. Ist er da runtergekupft? Wie ist er denn reinkommen? Oh, schau, das haben wir total vergessen. Komm, es mal und trink mal gleich. Wir verschwenden hier gar nichts. Ja, da haben wir schon reingeguckt. Da haben wir auch schon reingeguckt. Kurz mal vielleicht mit dem Messer bewaffnen. Ich weiß nicht, was hier uns auf und zu... Ah, okay, alles cool. Uh, da kommt noch was. Da kommt noch was. Du kannst laufen. Okay, Rotauge am Start. Mädchen, wir laufen. Da sind wir zu viele. Oh, zu viele Rotauge. Und los. Shit, ich bin viel zu schwach. Oh, oh. Kritt, kritt. Nein, nein, nein. Bruder, ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe mein Fahrrad nicht mit. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich gebe nicht auf, aber... Das bringt nichts. Judo. Ach Gott, war dann doch eine herrliche Folge, oder? Aber, dass da unten noch sowas auf uns wartet, ist kritisch. Alter, wir tauchen jetzt direkt bei denen auf, oder? Aber sie sind nicht hier. Haha, ihr könnt scheißen gehen, oder? Ihr kriegt mich niemals. Aber rein theoretisch... Aber rein theoretisch... Nee, nicht. Meine Schuhe oder so sind down. Schuhe oder Hose. Nein, die Hose gibt es ja nicht. Schuhe oder Handschuhe. Lauf, Mädchen, lauf. Wir gehen jetzt noch gemeinsam zum Händler und geben die Quest ab. Habe ich Steroide? Dann will ich mir die reinpfeifen. Ich sehe sie nicht. Wenn ich welche habe, dann sehe ich sie nicht. Na komm, Mädchen, das kriegst du hin. Jetzt bin ich in einer Folge zweimal hops gegangen, oder? Miese Nummer. Doch, ich will was ablegen. Ah, nee, das wollte ich verkaufen. Excuse me. Antibiotika, das, das, die Kerze. Die lassen wir auch weg. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Und... 86. Oh Mann, miese Nummer. Ich sage, habe ich echt keinen Kunststoff rausgekriegt? Das ist ja absolut mies. Ja, Antibiotika, lassen wir jetzt, ich will das haben. Perfekt. Ja, aber gut, Kohle jetzt gemacht. Ähm. Den hätte ich sehr gern, aber... Warte mal, was hat denn der für Bücher? Der hat solche Dinge nicht. Ich glaube, ich kriege nicht einmal eine Schmiede hin. Wo ist es denn? So, reicht, wenn ich das so eingib? Ne. Oh, wir kriegen so gar nicht Schmiede hin. Geilo. Okay, ja, das habe ich total nicht mitgekriegt, dass wir das eigentlich schon machen könnten. Ach so, warte mal, wir wollten ja noch gucken. Ja, was haben wir hier schon jetzt? Perfekt. Raumschlüssel freigeschalten. Geilo, kann ich aber alles nicht herstellen ohne Werkbank, ne? Ähm, eine Schmiede machen wir uns schnell noch, oder? Ne, machen wir... Ich meine, nein, brauchen wir nicht machen. YouTube machen wir in der nächsten Folge. Ich werde mir jetzt alles zusammenkratzen, was ich brauche für eine Schmiede. Ah, Klebeband... Sehe ich nicht. Gut, das Eisenrohr sehe ich nicht. Warte kurz. Ah, Klebeband wird mir fehlen. Müsste ich noch was herstellen. Oh, ich hoffe, einer geht sich aus. Das kurze Rohr ist aktuell standhaft. Das Holz müsste man herstellen, glaube ich, oder? Wie war denn das? Ja. Mal herstellen. Ah, und den Ding brauche ich noch. Wo ist es? Ich weiß, dass ich es habe. Ich weiß, dass ich es habe. Hier ist es. Oh, hier haben wir noch Klebe. Haben wir auch noch Stoff? Ja, genug. Okay, geht sich safe aus. Überhaupt kein Problem für uns hier. Perfekt. Perfekt. Na dann können wir uns... Wo ist meine Schmiede, Bruder? Hier. Fertigen. 21 Sekunden. Ja gut, das machen wir doch noch. Machen wir doch noch ins... Machen wir doch noch ins Video, hm? So und so und der Rest. Ach, kacke, lacke, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das so machen. War mit der Steuerung, aber ich komme schon langsam zurecht. Also so ist es nicht. Ist gar nicht mehr so hakele ich jetzt. So, Schmiede ist etwas größer als gedacht. Aber so direkt beim Reinkommen, eine Schmiede, das feiere ich jetzt nicht so da hier besser. Geilo, wir haben eine Schmiede, YouTube. Das macht uns zu einem absoluten Preis. Es wird, es wird Tag 5, die Hordennacht. Auf die Scheiß mache ich sowieso, ne? Die skippen wir irgendwie, keine Ahnung. Ah nein, wir skippen die nicht, aber ich meine... Wir werden jetzt nicht großartig. Aber ja, es ist... Unsere Vorbereitung. Wir gehen einfach irgendwo hoch. Wenn wir sterben, sterben wir. Ich glaube, die erste Hordennacht und so ist es nicht so wüt. Ach, so wollte ich es nicht. Es ist nicht so wüt. Geilo, steilo, Alter. Na gut, YouTube. Dann wird es was gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's was gut. Haut rein und immer Braves an. Ciao. Ciao.